Jerry? Ja? Was kann ich denn für Sie tun, Ross? Los, sagen Sie mir einfach, was ich für Sie tun kann. Eine sehr persönliche, sehr wichtige Sache. Alter, es ist das Familien-Motto. Bist du bereit, Jerry? Ich bin bereit. Du musst echt bereit sein, Bruder. Los geht's. Führ mich zum Schotter. Ha! 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 Knie! Mich! Soooons! Schotter! Oh, willst du das nicht? Ein super Gefühl, das zu sagen, Jerry? Sag das einmal mit mir zusammen. Ich führ sie zum Schotter. Oh nein, nein, das war ja wohl noch nichts, Jerry. Du musst es sagen und dabei das Feeling haben, Bruder. Hey, ich hab vom Schotter auf der anderen Anleitung. Der kann es bestimmt sagen. Ja, ja, nein, ich führ sie zum Schotter. Nein, nicht ich führ sie. Hörst du, führ mich zum Schotter. Führ mich zum Schotter. Ja! Lauter. Führ mich zum Schotter. So ist es, aber du musst die Scheiße rausschreien. Führ mich zum Schotter. Ich will dich fühlen, Jerry. Führ mich zum Schotter. Schreib lieber aus. Ich führ mich zum Schotter. Führ mich zum Schotter. Liebst du diesen schwarzen Bruder? Ich liebe diesen schwarzen Bruder. Führ mich zum Schotter. Ich liebe meine schwarzen Brüder. Ich liebe meine schwarzen Brüder. Hier ist dein Lieblingswixer, Jerry. Sie sind mein Lieblingswixer. Was wirst du tun, Jerry? Führ mich zum Schotter. Ja. Ich gratuliere, du bist immer noch mein Agent. Ja. Ja. Ja.